Ich dachte, der ist das, was du hast für Geräusche, Alter. Was denn sonst? Junge, du hast mir fast die Hälfte meines Anzugs gebraucht. An Energie. Yeah, du wolltest es können. Ich habe dich gesagt und ich schieße mit einem Raketenwerfer auf dich. Was denn? Alter! Ah, ich sterbe! Weißt du, dass das so brutal ist, wenn du hier als normaler Mensch rumläufst? Glaube ich ja. Ich dachte, du bist ein Geister oder so. Ja, so Männerbehinderter. Oh Gott, raus hier, raus hier! Ja. Müsst du da nicht regenerieren? Ja, aber nicht, wenn ich da drin bin. Ja, wie wollen wir den jetzt machen? Ich lenke ihn ab. Yeah! Und er schießt auf mich. So machen wir das, okay? Jetzt habe ich ihn auf mich. Oh, oh. So, du kleiner Bastard. Tatsächlich, bevor er mich drückt. Boom. Round two, Alter. Round two. Also du musst das vorhin mal sehen, da hast du ein Ding genau auf mir gelandet. Ey, voll unfair. Hä? Warte, lass mir hin! Oh, Menno! Oh! Ich hab' geschossen, ja? Ja, hab' ich aber auch schon. Fletscher. Wir kommen immer näher. Zu Sauron. Mhm. Das sieht so dumm aus irgendwie, wenn wir reden, diese Sprechlaube da. Oh! Oh! Ist kaputt in der Birne. Ich glaube, ich immerhin Raketen davon komme ich auch ein bisschen beheren. Äh. Shot aktivieren. Ausstieg! Gespenst! Oh! Zeitdupe oder so habe ich jetzt gerade erhöht. Das klingt mir voll viel. Da hat nach. Aua. Ja! Ich will grad sagen. Kann das anders grad nach hinten. Guckst du? Ja. Ja. Das ist was mit meinem Körper. Ich hab' den! Nee! Ja! Jetzt ist die Platz für dich! Du bist so fett! Ich stacke! Ich bin schon rausgestuckt. Ich komm hier mal raus. Das Hütchen da hält mich fest. Erwischte. Yeah, ein! Ich spring runter und die Zeit... Ich hab das erschrocken, Alter. Was geht denn jetzt ab, dachte ich eben. Moment, das Auto hat sich entzündet. Ich bin davon lustig, dass ich das immer so ein bisschen auf dich warten muss, weil meine Sicht einfach grau wird. Ob ich von der Welt scheide. What the heck? Jung! Alter, dear. Tschüssi! Sieh, wir fahren, guck da unten! Scheiße! Ja, schieß doch auf mich, ihr Scheiße! Ich versteck mich hinter dir. Ahaha, Hilfe! Ich bin tot. Lass mich in Frieden! Lass mich in Frieden! Lass mich in Frieden! Ja! Sie schießt auf mich! Wo bist du, Alter? Sie schießt auf mich! Ja! Au, 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 au! Oh! Oh mein Gott, ich will hier weg! Au, 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 au! Puh! Genau dich kann ich jetzt gebrauchen! Danke, Arschloch! Achtung für den Arschmann! Komm ab, ey! Ich hab keine Raketen mehr! Bam! Ich bin schon im kritischen Bereich! Buuu! Du kriegst gerne bei Robotern die erste, ne? Ja, aber der lädt dich dann immer auf, wenn er nach außen reingeht! Ja! Hast du das gesehen? Nein! Ich bin grad nicht über dir rübergesurft! Ach, das stimmt ja, du hast ja Ego-Perspektive! Morgen! Ach, du resposta! Warte! Beide jetzt! Warte! Ne? Hör! Das will ich jetzt mal testen! Kannst du so einen Roboter reinstellen? Jo. Ne, steig nicht so. Du musst von hinten. Von hinten? Stimmt ja, steigst du auch von hinten? Nein. Ah! Siehst du? Die Frage ist natürlich, verlier ich jetzt auch meinen Körper hier drin? Ich denke mal schon. Dann geh ich lieber wieder raus, nicht dass ich hier steig raus. Und jetzt? Wir müssen das Ding öffnen, ich guck mal ob ich das öffnen kann. Ich meine nämlich, dafür müssten wir hier rein. Speichere! Au, au, au! Was ist das? Das ist dein tote Hurensohn. Fragt auch noch, was ist das? Ja, den Schrei ist gleich offen. Das war genau jetzt. Wo ist denn mein Anzug? Geht der trotzdem noch ein, dann rein. Mehr als bei Körperplassen gerade eh nicht. Dann platzt das ganze Teil weg. Mein Ressentur, Uniform und Zeit in 15.02 Uhr. 3.70 Uhr, 3.70 Uhr. Geht's! Wir sind in die Position. Wir haben in die Richtung! Und mich soll auch kleine Sperren aufhalten, ey. Mach weg der Kacke da. Ist das unser Gegner? Ja da, ja. Ich zeig dir jetzt mal was ich von denen halte. Ich knack ihn in eine, wuuuh! Boah, der ist von dir entgegengeflogen, Alter! Das ist die andere, ah, wie so ein Indianer. Ich fühl gar nicht, wie es bei dir in der Welt Indianer hat. Was ich zum nächsten Mal habe. Ja ich verstehe, diese schreit so. Und das hast du halt. Du brennst! Ja ich weiß, ich bin noch so gut wie tot, aber man schli- Gehe mal raus und rein. Manchliche generiert sich gerade sowieso. Und jetzt ist gerade zu Ende. Komplett oder...? Kultensweise her. Ja Standard. Immer muss uns irgendwas auf den Kopf fallen. Ich versteh's doch. Ich war zwar auch eigentlich in einem hier den Kopf. Ey, der Kopf da vorne. So'n Ding aber okay. Oh, das ist der Felsenk. Fetischer Zustand der mechanischen Systeme. Die Leistung bricht ein. Die Systeme schalten sich ab. Oh, ein Freund? Ja, alter Partner. Rot mit Wasser. Du scheiß ihn so gut, du kennst ihn sofort mit dem Baden gehst, Alter, ey. Ja, alte Pocacolle. Ach, du gehst mit Pocacolle in den Baden? Wenn das Teil deines Plans ist, würde ich sagen, es läuft glänzend. Hä, so glänzend, glänzend. Dir wurde grad voll die Nase abgebissen, ey. Dir wurde die Nase abgebissen. Oh, Soldat. Immer noch? Hä, du warst ja vorhin schon Soldat, oder? Ja, ich bin schlecht. Guck mal, du bist viel taktischer als ich. Oh, dieses Mal war's aber knapp. Guck mal die Punkte an. Ja. 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 Taktisch. Du hast versucht uns beide zu nennen, Bruder. Aber nur ich, nicht zu hören, zu sein, zu sein, Sie konnte dich nicht erreichen, aber trotzdem, du hattest ihn. Wie meine Mutter und ich haben. Alles, Bruder, war, uns Leben. Es war Mutter, die uns ein Ziel. Er hat uns das Leben gegeben, aber unsere Mutter hat die Nase verpasst. Nachdem sie die, äh, den Landweg gefunden hatten, setzten die Brüder ihre Jagd auf Beckett und seine Kidnapper durch die, den Flughafen von Blablabla fort. Absatz 7 fort. Ich glaub, da treffen wir ihn sogar. Und dann kommt nur noch ein Abschnitt oder zwei Fliege pur. Also viel kommt nicht mehr. Ja. Bäm, voll ins Krieg. Wenn das den wirklich sehr verkehrt hat, obwohl, ich weiß gar nicht, ob das beim Kopfschluss wirklich so ist. Reloading! Das ist genau wie Resident Evil 5, Alter. In jeder geile Sequenz hat man nur die Pistole, obwohl man die gar nicht dabei hat. Ich weiß, wer hält immer eine Pistole im Hintern. Genau wie Sheffer. Für die Notfälle, weißt du? Falls die mal irgendwie gefangen genommen werden oder so, kacken die einfach eine Pistole aus. Was geht denn hier los? Ey, was geht denn hier ab? Was geht denn hier los, Alter? Hahaha. Ich bin hier ganz alleine. Ja heul doch, du Huhnsohn, Alter. Ja, du Huhnsohn. Nervt doch einen anderen, Alter. Hast du... Ossnoke. Ehrlich mal. Voll nicht der Jan oder so, ey. Secure your sectors and more disturbances occur. Ehinge Waffen nur. Wer braucht schon Waffen? Ich hab gar keinen abgeknallt. Aua, Alter, wie die Fischer mich zerfleischen, Alter, ich nicht so viel. Von der Macht des Wassers, das auf und vor der Seele sei. Von der Macht, das was... Ey, schlechteren Spruch hab ich noch nie gehört. Hahaha. Als Mal, man ist nicht reingefallen. Ich geh, ich geh. Du haust mir eine in die Fresse mehr, nicht? Nippel-Schwister. Was haben wir hier drin? Du Barrikaden. Voll nicht. So. Alter, wie viele kommen denn da noch raus? Weiß man nicht genau. Boah, Alter, ich hab den Kopf von dieser Matsch. Ach du, Brutus. Was? Hast du, ist ein Verräter? Hinter dir. Hinter dir. Ich hasse diese Viecher, weißt du das? Ich glaube, ich auch. Ich muss immer so festhalten, sonst kriegt's hier nicht richtig. Ich weiß gar nicht, wie ich diese Special Angriffe mache. Oh Gott. Ja, diese scheiß Kommandeure. Irgendwo in so einem ähnlichen Raum kommen sie nachher. So ein Terminal-Dings, Alter. Zwei Stück gleichzeitig, Alter. Zwei Stück gleichzeitig, Alter. Ich wusste doch, dass sie noch irgendwie was liegen muss. Oh, ich bin hier alleine. Wie, du Sau. Du bist getötet worden. Gute Nacht, Asher. Meine Seele aufgehoben, ne? Ja, gut. Dann kommt der, ihr kleinen Spass. Wow, wo kommst du denn her? Schnauze, schnauze, schnauze. So, aufgespießt. Und meine Wehen einsetzen lassen. Ich hab hier in die Küche gefunden. Moin. Oh, das bist du da auch nicht. Oh, das bist du doch nicht. Da liegt eine Seele. Guck kurz, ob es hier noch was gibt. Ne, hier ist nix mehr. Außer Uzi's, falls du haben möchtest. Ne, das ist voll schlecht. Hier oben liegen auch noch Waffen. Exit. Oh, Gott. Ist das hier McDonald's oder was? Schickenberg-Soldaten. Nein, hab ich nicht. Sollte ich. Was sind das eigentlich für Leute, Mann? Ich weiß auch. Ja, warum denn das weiß? Ja, das kann. Oh, schnauze. Oh, schnauze. Scheiße, Drexz. Die Nervenzucht. Derft diese Viecher. Vor allem später. Ich hab nur eine Stelle geschafft durch Buggy-Using. Mehr oder weniger. Diesen Drexz-Dinger, ne? Ach, wo die doch in der Tür stecken. Prozent aber das war ja so klar bis er quäschte eure Eier halte Futter übertreibt voll ich weiß leider nicht wie ich diese Dinger machen die kommen nur so zu vollständig er hat er hat ja er will er mir noch mal dass er nun wieder kommen dann diese klick aber auch nicht zurück denn ich habe ja auch schon gegen die sie dann ist auch ohne dass er bei der der herrte voll zufrieden ein weiterer das zweite die sehen schon gefögelt aus ich hab mich schon gefreut also ich hab mich schon gefreut ich glaub das geht nicht mal wir müssen aber runter ja das ist doch für anfänger wie ich ein geist bin aber nicht mehr über so ein gelände springen kann ich bin allmächtig aber ich kann nicht über ein gelände springen oh mein gott einmal und hast die hosen runtergelassen ja ich durfte richtig lotschen was das ist zu deiner mutter eine mutter dann kannst du so ein ghetto ja ich bin das ghetto das ist ein scheiß Dreckskannert gell? oh hallo Puppe keine heilmann hier du hör einbrechen was einfach der zivilisation los? ich weiß nicht irgendwie gibt es hier keiner wenn ich jetzt wüsste wie es weitergeht ne? welcher echt ne vorteil vielleicht runter vielleicht aber auch durch diese Tür Andi das weiß ich du behinderter man du hast die Tür einfach wieder zugemacht bis dann ja ja von hier kommen wir oder? oder? kommen wir von hier oder? ja ja bin hier auf der anderen Seite der Küsten ja 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 ich hab auch gerade drauf geguckt Alter hab ich auch gerade drauf geguckt ey es kam zu groß ich färbe den Bildschirm schwarz ich mach den Bildschirm schwarz zu färben ich bin ja so epic so krass vielleicht müssen wir auch einfach hier durch oh ne schon gut ja oder hier wo ich bin ja das kann sein warte ich komm so das Bein von denen will nicht abfallen ok ja sie müssen oder waren wir hier schon? äh ich glaub nicht ich schille hallo Eimer oh die kommt mir entgegen ja ich renne ihr auch entgegen ich hab sie naja ich bin nicht zufrieden geworden wie sie sie einfach aufgelöst hat sie kam nicht bei dir da raus sie war einfach weg du stinkst anscheinend die mag den nicht du stinkst alter du stinkst alter du warst schon so roh mit fallen weißt du ja weil ich es kann ja du stinkst ich sag dir doch weil ich es kann naja du stinkst nach Vogelschaltern und schmecken die Leichen seine Mutter bewegt sich gleich wie sie die Monster zu Hurensohn beleidigen Hör du Hurensohn!